bevor ich jetzt mein video mache wollte ich euch das mal zeigen hier sind schon früchte dran richtig cool oder der ist auch richtig gewachsen ich bin so stolz ich weiß auch mal ich vergesse immer wieder wie die dinge heißen ich sage mini mandarin halli hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal katja es windet wenigstens ein wenig es ist wieder eine brühe hitze draußen ja ich wollte euch heute mal aufmerksam machen weil das ist mir schon ein paar mal jetzt aufgefallen ich rede nur von mir ja meine meinung nur meine meinung sonst nichts meine meinung ist warum würde ich jetzt nicht von projekten kaufen also wo noch nicht fertig ist wo noch in rohbau ist man kann zwar geld sparen stimmt aber das kann auch ganz schön nach hinten losgehen was ist wenn diese firma ich sage jetzt mal von firmen große firmen würde ich auch machen wo ich weiß die können gar nicht pleite gehen ja aber es gibt so viele kleine firmen die dann ganz schnell pleite gehen hier schräg gegenüber das eine beige haus das ist zwar fertig gebaut da ist aber eine streitigkeit zwischen bauherr und dem wo das land gehört hat das steht schon über fünf oder sieben jahre leer so jetzt hat man da vielleicht investiert dunkel laufen sage ich nur das ist richtig blöd dann ist mir aufgefallen viele die kaufen wenn es noch nicht ganz fertig ist dann wird ja versprochen es wird ja gezeigt bord da kommt hamam rein da kommt sauna rein da kommt in pool rein dies und das und jenes und nachher wenn alles fertig ist dann wird aber gespart bei vielen ist auf einmal kein fitnessraum drin weil das geld gefehlt hat bei manchen ist kein hamam drin ja oder wir kennen leute da ist jetzt zwar ein hamam drin aber die müssen dafür bezahlen hä sag mal das war doch alles deswegen hat man doch die wohnung gekauft man schaut sich das projekt doch an und man kauft doch weil dann versprochen wird es gibt es zum beispiel einen innenpool es gibt es ein hamam es gibt es fitnessraum es gibt sauna man hat sich darauf verlassen viele sagen oh ja ich kaufe da das gefällt mir aber ich kaufe eigentlich nur weil da eine sauna drin ist ja ja und dann auf einmal kommt die sauna nicht rein das ist dann schon richtig doof gelaufen sage ich jetzt mal wir kennen paar gebäude oder ich kenne paar gebäude wo zum beispiel wir haben jetzt einen neuen verwalter gott sei dank einen anderen verwalter jemand der gar nichts mit dieser city hier zu tun hat der beki hat es ja damals abgegeben der neue verwalter naja sagen wir nichts zu jetzt haben wir einen ganz neuen den wir alle gewählt haben der von außerhalb kommt ich kenne aber wirklich sieht es hier die haben keinen verwalter und die wissen auch gar nicht wer der hausmeister ist wer macht den pool okay da kommt irgendjemand abends und macht an den pool oder es wird nicht richtig gewischt ja da müsst ihr euch sag ich mal schlau machen bevor ihr eine wohnung kauft hat es ein verwalter wie sind die leute zufrieden mit dem verwalter hat das gebäude ein hausmeister weil hausmeister ist sehr wichtig denn ohne verwalter und ohne hausmeister geht die city meistens den bach runter das ist wirklich ein aspekt wo man sich auch schlau machen sollte so wie ich immer gesagt habe wollt ihr gläser an den balkon erkundigt euch darüber weil in manchen zieht es ist es nicht erlaubt ja in manchen zieht es sind noch nicht mal schirme erlaubt auf dem balkon naja anderes thema macht euch schlau hat diese city ein verwalter dann lasst euch auch die nummer geben hat diese city ein hausmeister es ist meistens alles dort deklariert ja wen ruft ihr an wenn mal was ist wird der fahrstuhl ordentlich gewartet das ist auch immer so ein ding mit dem fahrstuhl hat man kein verwalter hat man kein hausmeister wer wartet den fahrstuhl ja na klar die firma wer beauftragt aber die firma wer bezahlt das wo geht das eidert hin dass das eidert ist ja für den verwalter und für den hausmeister und für alles drumherum das sind dann so kleinigkeiten ja eigentlich keine kleinigkeiten wo man sich schlau machen sollte und erkundigen sollte geht das alles mit rechten dingen zu ist alles vorhanden weil sonst kauft man eine wohnung ja man hat sich das geld hart erarbeitet hart gespart und das ist dann nicht futsch weil die wohnung ist ja da aber wenn die sitte dann den bach runter geht ja dann ist die wohnung nachher auch nichts mehr wert und wie gesagt ich würde also ich uns wurden ja damals auch wohnungen gezeigt wo das gebäude noch nicht ganz fertig war wo vielleicht vor fünf jahren zehn jahren hätte man es vielleicht noch gemacht also ich auch aber in der heutigen zeit zu investieren wo etwas noch nicht fertig ist sehe ich schwierig außer man hat wirklich genug geld und das stört einem nicht wenn man sagt 80.000 90.000 mal ist die sind dann schon günstiger interessiert mich nicht ist nur so lari fari ja hole ich aus der nächsten hosentasche wieder raus wenn man aber jahrelang gearbeitet hat und jahrelang gespart hat dann sollte man sich wirklich genau erkundigen welche baufirmen wirklich sicher sind also hier gibt es ja mehrere wo aber ich werde jetzt die namen auch nicht erwähnen welche baufirmen ich von überzeugt bin wo ich auch investieren würde wenn die noch nicht fertig sind das mache ich nicht weil nachher passiert irgendwas dann heißt es ja aber katja du deswegen in dieser heutigen zeit mit der heutigen wirtschaft wo alles teurer wird wo inflationen sind wo viele firmen kaputt gehen nicht nur baufirmen auch andere firmen würde ich ich rede von mir würde ich nicht in sowas investieren außer man hat wirklich genug geld und man kann sich fünf sechs sieben acht neun wohnungen kaufen wenn dann eine nicht fertig wird ist egal das ist meine meinung sobald unsere tochter weg ist werden wieder täglich videos kommen ich habe halt wenig zeit die letzte zeit ich muss sagen diese erkältung grippe virus was immer wo ich hatte wo der große da war unser sohnemann wo ich dann an meinem geburtstag bekomme schlägt mir immer noch aufs gemüt mit tun immer noch die knochen weh und ich nehme vitamine jeder gang ist ein bisschen anstrengend für mich muss ich sagen aber es ist besserung in sich sage ich mal schlimmer kann es nicht werden wenn ich ans meer gehe und ein bisschen die füße im wasser baum dann geht es mir besser muss ich sagen und sobald alles wieder hier ruhiger geworden ist denn wenn die tochter weg ist ist bekis bruder da und da habe ich halt wenig zeit aber bald kommen wieder ganz tolle interessante videos aber das mit der verwaltung und mit dem hausmeister und mit diesem von rohbau kaufen in der jetzigen zeit wollte ich euch unbedingt darüber informieren tarik ist noch am strand die anderen waren am pool weg ist unterwegs und ich dachte jetzt mache ich mein video stell das rein mal wieder was interessantes wissen wert ist habt ihr andere themen für mich wo interessant sein können wo ich mich auch selber drüber erkundigen kann ja lasst es mich wissen anderes thema ist bald diese ukraine was die hier alles so treiben wo die gendarmerie hinten dran ist da kommt auch noch ein video drüber weil die nehmen den ganzen einheimischen die arbeit weg wo ich sage das ist ein absolutes no go euch einen schönen tag ihr bleibt alle gesund